so hallo und herzlich willkommen zurück alter die werfen irgendwie grad von allen seiten hallo ich brauche mal neue muni hallo muni habe ich gesagt warum kriege ich keine munition lasst uns weiter kämpfen für unser land explode feiern wir holt wo seid ihr scharfschütze so ein sack da wirft er auch eine woher weißt du das ja wir gehen zurück ja 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 ich mach schon ja das war's es öffnet sich hey es hängt fest verdammt das reich seht ihr wir kommen drunter durch alles gut ja das reicht reich machst du den anfang es ist verdammt dunkel da drin irgendwas wird schon passieren bin direkt hinter dir rack was ah fuck sie sie sorry ich konnte nicht du arbeitest für chang nein chang ist mir scheißegal er wollte jinges tot es war meine mission ihn zu beschützen ja und was hast du ihm gebracht er ist tot verdammt nein ist er nicht verdammte kindsköpfe wenn ihr nicht drauf gehen wollt hauen wir jetzt ab nennt darüber er ist korrekt er ist korrekt der typ alter der russe gefällt mir tut mir leid ne ne so ach ja ich komm hier schon ich komm hier schon oh das sieht das sieht kalter draußen aus du hast das sichtgerät behalten du hast das sichtgerät behalten wow ist das kalt zu recker sind wir hier oh da freut sich der die macht geil qualiten da wie kann man nochmal zoomen ach ja mit dem ach ja mit dem da oben haben wir bestimmt irgendwie scharfschützen ach schau an dann los lauft immer langsam so ich geh jetzt mal ein bisschen ruhig naja ruhig war das jetzt nicht gerade aber schnell von da oben kann man bestimmt wunderbar schneibern und ich hab keine sniper wunder fuck aha 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 gut lassen wir so ein heli zweiter heli l ja also war ich eine versuch ist So, wieso kommt der da nicht durch? Jetzt. Oh. Fail! Gut, dann gehen wir halt da rum. Ah! Oh, Mann! Basta, der schreckt mich damit so. Ups, zu weit geguckt. So, da ist der Nächste. Mäh! Scheiß, Geschütz. Komm, komm. Kommt. Schnell rüber, schnell rüber, schnell rüber, schnell rüber. Eieieieiei. Komm schon. Mann! Oh. Oh, yeah. So. Da haben wir nun... Happy New Year, Bastard. Zack. So. Äh, Maus hakelt. So, ich gehe jetzt hier unten lang. Liegt da noch... Ach, tatsächlich, hier liegt noch was. Was haben wir denn da? Ja, eine Sniperwummer leckt mich doch, ey. Kann ich jetzt auch nicht gebrauchen. Au. Au. So. Mh. Wow. Feind am Hang. Wo? Da. Was die haben, hab ich schon lange. Wow. So. Drecksack. So. Drei. Panzer-Abwehr-Raketen-Modus. Aktiviert. Chill doch mal dein Leben. Wow, Feuer. Baby, burn. Ach, der ist noch nicht... Jetzt ist er tot. So, wo ist der Arschloch mit dem Granatwerfer? Hä? Von wo? Puh. Feindliche Hubschrauber über Anhöhe. Hier wäre es mit ein bisschen Action. Oh, das wird's gebracht. Da oben. Was für schlechter Schnaiper. Der lebt ja immer noch. Huch. So. Schnell aufladen. Nachladen. Jetzt. Uiuiuiui. Das sind aber... ...nicht grad wenig. Panik. So. Und immer noch auf dem Bein. Hier bei Let's Play Battlefield. Ei, 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 ei. Wo schießen die denn? Oh, von da. Ups. Fuck, keine Muni. Mh. Der Schrot. Können wir nicht wirklich viel was aus... Ah, immerhin. Na klar ist eine Schrot auf Weitschuss nicht so... ...unglaublich wirksam. So, dann nehmen wir hier die Hawk. Oh, das ist auch eine Schrot. Nehmen wir mal die. Ja, das ist halt wieder unsere alte Wumme. Nein. Ah ja, passiert, Leute. Was soll's? Irgendwie werden meine Aufnahmedateien nicht gespeichert. Also ich krieg's dir nicht angezeigt. Das ist scheiße. Ah, hier starten wir jetzt. Gut, versuchen wir's nochmal. Und diesmal... ...und jetzt die... So. Ei, 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 ei. Der ist schon da. Wer hat denn jetzt noch einen? Ah, die Schnaiper sind da oben schon. Also auf der Hüfte schießen ist nicht so. Los, die zwei. Oh ne, nicht den. Nein. Komm. Ja. Der hat den Granatwerfer. Ach komm, jetzt nachladen. Der Arsch lebt noch. Das weiß ich ganz genau. Der Sack lebt noch. Ach, wir haben ja hier... Ach, hat sich nichts geändert. Ach, wir haben ja auch einen Granatwerfer. Wow. Chill you motherfuckers. Ah, der Hubschrauber ist am Arsch. Schade. Bisschen Verschwendung. Was soll's. So, da fliegen die Granaten nur so rum. Ja, da ist sie, siehst du Amerikaner. Wir salber. Checkport. Scheiße. Ich wollte ja alle so schön in die Luft jagen. So, Nummer 4. Warum stirbt der nicht? Mann. Yay, Goldkampagne. Wow, immerhin. So, jetzt hab ich nur noch ne Schrot. Dann komm ich von der Seite. So. Zack. Hoho. Na also. Ach, nee. So, dann nehmen wir die mal mit. Ah. Ja, die gefällt mir auch. Äh, Auge kratzen. Moment, und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Und schauen dann mal, wie wir dann da hochkommen irgendwie. Ich denke mal hier über die Leiter, ne? Gut. Dann bis morgen. So, was siehst du hier? Du siehst hier die Endcard von meinen Videos. Unter den ganzen Titeln bin ich erreichbar. Auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus oder Skype bin ich auch erreichbar. Schreib mir, äh, PNs oder sowas, was du gut findest, was nicht. Liken, abonnieren, irgendwas. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Freut mich, wenn du wieder dabei wärst. Und wir sehen uns dann. nox. Ja. fundamentally. Untertitelung des ZDF, 2020